Hahahaha! Verreckt dran, Alter! Herzlich willkommen bei Minecraft Minigames! Einer verreckt hinten dran. Und kriegt was nach Flash. Oh man. You're fucking killing me?! Im Ernst jetzt?! Luft holen! Komm, Luft holen! Ganz ruhig, Junge! Luft holen, hab ich gesagt! Ah, kriegst du wieder Luft? Ja. Oder muss ich dir einen Katheter legen? Katheter ist für Pisse, weißt du, oder? Hm? Ich weiß. Genau deswegen hab ich's gesagt. Ich weiß, ich bin Sanitäter, der Herr. Geht der nicht ans Herz? Oder ein... Nein! Nicht? Das ist ein Stand. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Ein Stand ist... Ist ein... Ist ein... Wie sagt man? Ein... Swing... Geweb... Metall, das sich dann wieder... Wenn's warm wird, wieder aufverformt. Also... Das macht einer... Ja, ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Sag mal, es muss verdunmen. Ja... Dies öffnen! Ader, wenn verstopft! Mit Grinzel! Du wieder atmen können! Herz nicht tot! Wie heißt das nochmal? Stand, ne? Ein Stand. Ein Stand. Ja... Das hab ich ja auch schon gesehen. Das... Ja, ja, dieses Leben... Metall sagt man da auf... Die, die, die... Die sind aus Metall und die gehen automatisch auf, wenn sie mit... Genau, bei Kelty. Aber bei Kelty zieht sie es nur zusammen auch. Ja, genau. Wenn ich Stand eingeh, kommt... Äh... Was ist das hier? Möi... Möi... Gott! Dann hast du Schwarz eingegeben! Nein! Weil ich... Oh Mann, ey! Der bestützt den Lied von... Hahahaha! 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 Oh... Holy crap, ey! Oh, ich muss jetzt auf, sonst werde ich gleich austreiben! Oh, ja! Und? Bis morgen! Ja, glaube ich später, oder so was... only if you are disconnected from your channel! Hahahaha! Oh Mann ey! Stanley! Der war gut! Der war echt gut! Hahahaha! Hahahaha! Jetzt, ihr wird verrecht! Hahahaha! Hachkha-ha Serial! Hachkha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Hahahaha! 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 Oh Oh Mama!!! Du hast mir gerade so zufällig eingefallen, ey. Oh, Stanley ist gut. Oh, mein Gott. Oh, der war dumm. Oh, Mann, ey. Keine Katze. Die arme Katze, ey. What the fuck? Ey. Das ist meine Kopfhörer, Katze. Scheißbein weg. Ich dachte schon, what the fuck? Ja, man hört sie. Das nervt, Alter. Der nervt mich seit einem Jahr damit. Irgendwann verstehst du das, dass ich den Banner. Ich hab's angetroht. Eine Minute, oder? Ich hab eine Stunde gefahren. Nein, ist nicht gegangen. Du hast, glaub ich, nur... Nicht. Guck doch in dem Handelste nach. Was siehst du denn noch drin? In der Begründung war eine Minute. Nein. Doch. Hast du denn aber wahrscheinlich nur eine Minute? Oder eine Sekunde. Oder eine Sekunde. Da war's eine Sekunde. Auch nicht. Eben nochmal, Alter. Ich kann meine IT wechseln und die Identität ist dir schon klar. Äh, ja, äh. Dann machen wir halt mal seine Mac-Adresse, aber lass uns was. Permabahn. Permabahn, Mac-Adresse, und dann kommt er gar nicht mehr rauf. Wie lange er jetzt braucht, um drauf zu joinen? Hm? Weißt du, wie lange er jetzt braucht, um drauf zu joinen? Schon eine Weile, hab ich das Gefühl. Ja. Wann um die uns vielleicht, oder nicht? Next, du hast dich nicht ausgelöscht, die Bannsee. Nein. Ich war gar nicht drin. Äh, nee, mit dem GTP meine ich, Entschuldigung. Oh, jetzt ist er oben. Siehst du? Ich hab, ich hab ein Endband gerade. Bord sehr leise. Bord sehr leise. Fühlst du dich leise? Ich hab, ich fühlst dich jetzt geil, ich hab das Endband, ne? Wirst du irgendwie nicht rauf bekommen. Mir egal. Aber davor hab ich einfach die Bann umgegangen. Nö, kannst du nicht. Nicht wie man ein Computer bannst, die Mac-Adresse. Die kann man nämlich nicht so schnell ändern. Dann muss man schon wissen, wie. Kann man eine IOS-Adresse wechseln? Nö. Na klar. Nein. Es gibt ein Bug im System, wenn man mit dem Computer reingeht. Tja, aber dann machst du dich strafbar. Könnt man ja... Oh mein Gott, Sandro hat jetzt ein geiles Video von sich in der Gruppe geschickt. Schick mal. Schick mir mal, schick mir mal, Freaky, ich schick's Bier. Das ist geil. Nein. Ich schick nix weiter von ihm. Mach mal. Schick mal weiter. Alter. Ich schick gar nix weiter. Ich will nix weiter schicken. Ich tu dich in die Gruppe. Wie? Was ich dir jetzt schicke, das ist was in deinem Niveau wieder. Das magst du sicherlich jetzt schon wieder. Du wirst nix machen. Ach ja. B, du schickst mir wieder irgendwas und sowas. Ey, Black, hatte ich dich auf WhatsApp, nee, oder? Nö. Wollen wir das mal ändern? Nö. Warum nicht? WhatsApp ist privat bei mir. Bei mir auch. Trotzdem. Ich hab da gewisse Leute drin in WhatsApp. Man kann's ja ändern, sag ich jetzt mal so. Nee, ich geb keine WhatsApp weiter. Grundsätzlich nicht. Ah, das hab ich schon, Paul. Das brauch ich nicht noch mal. Das haben wir, ey. Oh Mann. Wenn ihr schon lacht, dann muss es geil sein. Oh Mann, ey. Gott, diese Lacher. Oh Mann, ey. Ach so, dass ich auch schon wieder kriege? Warum kommt das Video nicht? Ich sende es und es kommt nicht. Ich setze die Kunde nochmal. Das gibt's doch nicht. Wie will ich die Scheiße jetzt speichern? Wie speichere ich's mir? Ich glaube, ich hab's umfassig. Das wird letztes, das wird das. Das ist kein Schluss. Das ist kein Schluss. Wer wäre denn? Oh Mann, ey. Das hat mich doch geschickt, ey. Das kenn ich schon immer raus, wenn ich das hast. Du hast mich noch mal geschickt, ey. Ey, das checkst du nicht. Du hast mir schon zum fünften Mal geschenkt. Ich hab den jetzt schon von dir fünf Mal geschickt, ey. Ja, du hast mich grad. Ich nicht. Ich, weißt du. Warum ist halt ich? Ich, die, eine Red Cut, ey. Ich hab dir das Video. Gjp. Hm? Ich hab's in die Kurbel geschickt, das Video. Schick mir doch auch mal das Video. Nein. Gjp. Ich hab's in die Kurbel. Ich hab's in die Kurbel. Wie sind wir zu sehen? Von Sandro? Hm? Das von Sandro oder was? Das ist kein Video. Ich komm gar nicht mehr ab. Ey, das Video von Sandro, was Sandro gedreht hat von sich. Ich hab's in die Kurbel. Ich hab's in die Kurbel. Oh, schick's mir doch auch mal. Gjp. Schau dir die Scheiße an. Gjp. 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 Schickst du's mir mal? Gjp. Schickst du's mir mal? Ich schick nix. Ich will nicht down gelegt werden. Ich will nicht down gelegt werden. Ich will nicht down gehen. Was? Ich will nicht down gehen. Komm, schick jetzt das. Ich würde fragen, ob es in die Kurbel reinED hat. Hast du's gesehen? Ich feier das. und Sandro in der Gruppe, wo ich dich rein hab, schau es dir mal an ich komm gar nicht mehr klar das Video, das geht ja gar nicht um das Video, oder? das von dir? ist das das Hutz-Robo-Video? ja, aber dieses Mal bist du dabei nicht falsch Hubschrauber-Video vielleicht sehen wir nicht, weil du heute hätte ich vielleicht gewinnt vielleicht kann ich nicht mehr auf Skype fliegen? nein, danke ich kann mir vorstellen was los ist Hubschrauber, 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 Hubschrauber 1, Z Hubschrauber 1, Z mach Mut, can we go hijacking? wak 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 darf ich's abspielen? nein ich mach mir jetzt ein Bot bei Nitrado ist mir egal ich hab da noch Kohle drauf ich mach mir den jetzt einfach aber kein Botschein ich bin am aufnehmen, der Herr jetzt gerade? ja ja gut, dann geh ich runter wenn du aufnehmen willst, weißt du, weil dann lass ich dich in Ruhe weißt du nicht, dass ich wieder einen Boost oder Lachanfall kriege dann hol ich mal die Katze hier, die stört die Aufnahme ein bisschen war's so freaky, dann gehen wir runter, ja, danke, ne? wir gehen runter super schön, ne? Rado.net erzähl was, GGP hallo na, wie geht's dir, GGP? gut, von dir was das ist so schön mit 60 FPS aufzunehmen also ich hab gehört, dass du gleich nur noch mit 2 FPS aufnimmst nein, was? aber das ist ein Gerücht, GGP aber ein ganz großes so, was gibt's jetzt? wer war der Kommandant der Apollo 11? oh Gott Neil Armstrong klar perfekt war ich richtig Neil Armstrong der Kommandant, klar was kann in Minecraft natürlich spawnen? warte mal, warte mal, warte mal ein pinke Schaf was das? ah? mal gucken, was das so rüberkommt ein fucking pinke Schaf natürlich, natürlich kann ein pinke Schaf spawnen wie lange nimmst du noch auf? äh ja sag mal bis bis etwa 15 minuten da ganz normale äh brownie eventuell da muss ich es raten ach scheiße das war nicht richtig nicht nicht verrecken was hast du geraucht? was verrückt? ich habe nichts geraucht ich habe zu viel verkauft aus welchem Land stammt Markus Perschen? Klettland? Gott, das weiß ich gar nicht da muss ich jetzt raten ah scheiße aus China Schweden ja, natürlich wann stand die erste Fussball-WM statt? oh Gott da muss ich echt erst raten ich war richtig 1930 ok hatte ich gar nicht gewusst 1939 das finde ich neu ok danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss